In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Stammfunktion einer natürlichen Exponentialfunktion bilden kann oder einfacher formuliert, wie man eine E-Funktion aufleitet. In erster Reihe muss euch klar sein, dass alle E-Funktionen verkettete Funktionen sind. Übersetzt heißt das, es gibt eine innere und eine äußere Funktion. Versuchen wir das jetzt anhand eines Funktionsterms ein bisschen näher zu erläutern. Also wir haben hier eine Funktion, f von x ist 2e hoch 3x minus 2. Die Frage, die sich stellt, ist jetzt, was ist die innere und was ist die äußere? Naja, das ist ja ganz einfach zu entscheiden. Die innere Funktion ist immer der Exponent oder die Hochzahl, hier mit ρ dargestellt. Und die äußere Funktion ist die E-Funktion selbst mit alles, was drum und dran an der E-Funktion mit mal dran hängt. Vielleicht nur ein bisschen hier zur Verdeutlichung. Natürlich ist nicht nur 2e die äußere, sondern alles ist die äußere oder bildet die äußere Funktion. So einfach kann man in diesem Fall erkennen, was innere und was äußere Funktionen bei der E-Funktion sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man für so eine Funktion die Stammfunktion bilden, beziehungsweise sie aufleiten. Dafür schauen wir uns unseren vorherigen Funktionsterm an. Ich hoffe, hier noch in Erinnerung, was innere und was äußere ist. Also, die äußere Funktion war ja die grüne, ich deute den so mal ein bisschen genauer an. Und die innere Funktion war natürlich der Exponent oder die Hochzahl, also diese 3x-2. Wenn man sich jetzt das Ganze ein bisschen vereinfacht vorstellen möchte, da gibt es ja eigentlich immer nur zwei Schritte, die man durchführen muss. In erster Reihe muss man die äußere Funktion nur abschreiben. Vielleicht erinnert ihr euch daran, beim Ableiten ändert sich bei der E-Funktion die äußere überhaupt nicht. Wieso soll sich dann beim Aufleiten was ändern? Das ist der Grund, wieso wir die äußere einfach nur abschreiben. Und die innere Funktion wird an dieser Stelle abgeleitet und im Kehrwert geschrieben. Das hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, ist einfach aber eine sehr einfache Angelegenheit. Also, schauen wir uns das Ganze nochmal rechtwängig an. Hier habe ich für die Stammfunktion einfach die ganze Funktion in voller Pracht und Glanz abgeschrieben. Und am Ende kommt noch dieser Kehrwert der inneren Ableitung. Dafür leiten wir die Hochzahl ab. 3x-2 abgeleitet sind 3. Und natürlich kommt am Ende dann mal ein Drittel. Das ist der Kehrwert der inneren Ableitung. Entsprechend kann man das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen, aber das werden wir dann später bei den Beispielaufgaben sehen. Vereinfacht können wir dann behaupten, dass man die Stammfunktion einer natürlichen Exponentialfunktion immer auf folgende Weise sozusagen bestimmen kann, indem man einfach die äußere Funktion abschreibt und am Ende mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multipliziert. Noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Diese Regel gilt nur, wenn die innere Funktion linear ist. Das heißt, wenn die innere Funktion, also diese Hochzahl 3x-2, eine Geradengleichung ist. Das ist sie auch in diesem Fall. Wenn ihr euch jetzt berechtigt fragt, ja, was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dieser Video ist auf Abi-Niveau gemacht. Das bedeutet, in der Abiturprüfung kann was anderes gar nicht vorkommen. Das ist erst ein Thema, was im Studium behandelt wird. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Diese Regel, die ich euch jetzt zeige, funktioniert immer aufs Abiturniveau. Und jetzt schauen wir uns natürlich gemeinsam ein paar Beispielaufgaben an. Die erste Aufgabe, f von x ist gleich 3e hoch x. Und nicht vergessen, wir haben vorher einen Lösungsansatz besprochen, das ich auch hier oben nochmal eingeblendet habe. Genau diesen Ansatz versuchen wir auch zu folgen. Also, wir wollen jetzt hier an dieser Stelle die Stammfunktion bilden. Dafür schreibe ich, so wie der Ansatz es sagt, die komplette e-Funktion erstmal ab. 3e hoch x. Und jetzt kommt diese Geschichte mit dem Kehrwerb der inneren Ableitung. Die innere Funktion ist x. x abgeleitet ist 1. Also, offiziell käme ich hintendran nochmal 1 durch 1. Natürlich ist das total überflüssig. 1 durch 1 sind 1. Also, unsere Stammfunktion leitet einfach 3 mal e hoch x. An dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis. Normalerweise, wenn man eine Stammfunktion bildet, kann hinten noch eine Konstante entstehen. Die ist jetzt nicht Teil dieses Tutorials, deshalb werde ich sie ab jetzt ignorieren. Aber es gibt manche Aufgaben, wo diese Konstante notwendig ist. Die zweite Beispielaufgabe sieht dann so aus. Und auch hier folgen wir das gleiche Spielchen. Große von x ist gleich. Zuerst schreiben wir wieder die komplette e-Funktion ab. Minus 4 e hoch x plus 6. Und jetzt schauen wir auf die innere Funktion. x plus 6 abgeleitet sind 1. x abgeleitet sind 1, so die 6 wird weg. Also, käme ich hinten wieder mal 1 durch 1, was wieder komplett überflüssig ist. Kurz gesagt, die Stammfunktion lautet minus 4 e hoch x plus 6. Also, noch eine Funktion, die sich beim Aufleiten gar nicht verändert. Nun mal so am Rande, dass es typisch für alle Funktionen, wo die innere Ableitung 1 ist. Die werden sich nie beim Aufleiten verändern. In unserem dritten Beispiel sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Und zwar, wir folgen trotzdem diesem Ansatz. Wir schreiben erstmal alles komplett ab. Nur diesmal, wenn wir die innere Funktion ableiten, haben wir auch tatsächlich eine echte Ableitung. 4 x minus 2 abgeleitet sind natürlich 4. Im Kehrwert ist das ein Viertel. Gut, nicht vergessen an dieser Stelle, man kann meistens diese Terme noch ein bisschen zusammenfassen. Das sollte man auch tun. Das heißt, 2 Drittel mal 1 Viertel kann man noch miteinander zusammenfassen. 2 x 1 sind 2 und 3 x 4 sind 12. Und dann die e-Funktion natürlich einfach nur abschreiben. Und in diesem Fall geht der Spaß noch ein bisschen weiter. Man kann ja diese Zahlen auch noch kürzen hier. Und am Ende hätte man theoretisch 1 Sechstel mal e hoch 4 x minus 2. Bei unserem vierten Beispiel. Wenn wir diesen Funktionsterm ein bisschen genauer anschauen, sollte euch auffallen, das sind ja zwei getrennte Terme. Einmal dieser Dreieck hier vorne, die mit der e-Funktion eigentlich nichts zu tun hat. Und dann noch die e-Funktion hinten. Weil das Ganze mit der Klammer oben der Hochzahl vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann, werde ich jetzt erstmal diese Klammer oben der Exponenten auflösen. Es ist geschickter, sagen wir es mal so. Und dann haben wir 3 minus 2 e hoch. Und hier an dieser Stelle multipliziere ich einfach hier aus. Dann habe ich entsprechend e hoch 2 x plus 2. Und das ist jetzt die saubere Funktion, die wir aufleiten möchten. Wie gesagt, die 3 vorne hat ja nichts mit der e-Funktion zu tun. Deshalb wird sie aufgetrennt aufgeleitet. 3 aufgeleitet sind 3 x. Und dann greift wieder unsere Regel von oben zu. Das heißt, wir schreiben die komplette e-Funktion ab. 2 e hoch 2 x plus 2. Und jetzt kommt wieder die innere Ableitung. Also 2 x plus 2 abgeleitet sind 2. Im Kehrwert ist es 1 halb. Und auch hier sollten wir schauen, ob wir noch was vereinfachen können. Und zwar bei der e-Funktion dieser 2 vorne und die 2, die unter dem Bruchstich ist, kürzen sich natürlich noch ein bisschen weg. Übrig bleibt dann 3 x minus e hoch 2 x plus 2. In unserem letzten Beispiel will ich noch ein paar miesere Sachen ansprechen. In erster Reihe, wenn ihr diesen Funktionsterm betrachtet, sollte euch auffallen, dass es 4 getrennte Terme gibt. Einmal diese Exponentialfunktion hier, dann dieser Term hier und dann noch die minus 2 e hintendran. Das bedeutet, wir kümmern uns getrennt um jeden einzelnen Term. Fangen wir mal an. Bei dem ersten Term handelt es sich um eine Exponentialfunktion, weil e oben in der Hochzahl steht. Das bedeutet, wir nutzen unseren bereits bekannten Ansatz, schreiben alles ab. 2 e hoch minus x. Und jetzt kommt erstmal die innere Ableitung. Minus x abgeleitet sind minus 1 in Kehrwert. Heißt das 1 durch minus 1. Zusammenfassen können wir dann beim nächsten Schritt. Jetzt zu unserem zweiten Term. Aufpassen, das ist ja auch kein Tipp oder Schreibfehler, sondern Absicht. Das ist hier hinten keine Exponentialfunktion. Da steht einfach e mal x hoch 2. Das bedeutet, wir haben hier eine Potenzfunktion. Wir nennen uns daran, i ist eigentlich die Euler'sche Zahl. Das ist eine mathematische Konstante. Und ihr Wert ist 2,71 und dann noch unzählige Stellen nach der Komma. Also, dieser e ist jetzt wie eine Zahl hier vorne vor dem x² zu behandeln. Das heißt, wenn wir aufleiten, fangen wir an mit der Potenzregel hinten. Aus der x hoch 2 wird eine x hoch 3 Funktion. Dann kommt diese neue Hochzahl im Kehrwert nach vorne. Entsprechend haben wir dann ein Drittel e mal x hoch 3. Und das wäre dann unsere Stammfunktion hier an der Stelle. Und unser letzter Term ist eigentlich auch nur eine Konstante. Das ist ja wie minus 2 mal 2,71. Also ist nur eine Zahl. Das bedeutet, wenn wir das Ganze hier hinten aufleiten, haben wir dann einfach 2e x. Gut, zugegeben, man könnte den ganzen Term noch ein bisschen zusammenfassen. Das werden wir auch machen. Bei der e-Funktion vorne, 1 durch minus 1 ergibt minus 1. Und dieses Vorzeichen können wir auch nach vorne ziehen. Das heißt, minus 2e hoch minus x. Dieser 1 Drittel e mal x hoch 3 kann man auch so stehen lassen. Oder ein bisschen kompakter schreiben als e durch 3 mal x hoch 3. Und hinten können wir natürlich nur abschreiben. Also, was ich mit diesem Beispiel hier zeigen möchte, ist, die e-Funktion oder e kann natürlich im Zusammenhang mit der Exponentialfunktion auftauchen, aber auch mit normaler Potenzfunktion. Passt ein bisschen auf den Aufbau des Terms auf. Dann könnt ihr sie problemlos unterscheiden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die vielleicht hilfreich sein werden. Natürlich, im Zusammenhang mit der e-Funktion können auch die Grundregel auftauchen, die Potenzfaktoren-Summenregel für die Bildung der Stammfunktion. Dann, die Stammfunktionen für trigonometrische Funktionen sind ebenfalls sehr wichtig. Sowie die lineare Substitution für alle verkehrte Funktionen. Wir haben hier eigentlich auch die lineare Substitution angewandt, aber nur bezogen auf die e-Funktion. Und nicht vergessen, von großer Bedeutung, vor allem für die Abiturprüfung, ist noch das Aufleiten mithilfe der ln-Funktion. Wenn bedarf, Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.